Der einzige Grund ist halt wirklich, dass sie eine Frau ist. So, Stefan hat das nicht abbekommen. Wie, zeig mal dein Pimmel. Ja. Hol mal dein Pimmel raus, dein Fleischer-Penis. Hast du eigentlich dem Tino irgendwie Milzbrand geschickt oder so? Weil langsam ist das ja echt nicht mehr witzig, wie krank der andauernd ist. Ja, der hat immer diese linken politischen Meinungen. Und da dachte ich, dem kann ich doch entgegenwirken. Ja. So, Notizzettel. Dieser RAF-Terrorist da, dem wird schön die Krippe in die Unterhäuse reingeschmuggelt. Ja, RAF ist ja ein total, also ein eiskalter Öffner. Wir sind ja in den Themen drin. Ja. Was war da denn los? Ja. Und damit ein herzliches Willkommen von der Datenautobahn. Der Datenautobahn, ein saftiges Aloha möchte man meinen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von nichts, weil ich war ja irgendwie unterwegs und habe mein Team gefördert. Mein Zweitteam. Ja, ich sehe schon, du hast zehn Jahre später erkannt, dass Pranks nicht mehr lukrativ sind und machst jetzt Skaten. Ja, das ist noch viel lukrativer. Ich glaube, ich werde das tatsächlich auf dem Hauptkanal hochladen am Montag und seht alle zu, wie die Views in den Keller gehen. Das ist ja dann quasi morgen, um wie viel Uhr? Pff, keine Ahnung, 14, 15. Gornel! Ja. Das verstehe ich bis heute nicht, warum du sagst, ich mache das jetzt für Herodes und dann sagst du, boah, eine Simme. Weil ich das so oft sage, oder was? Naja, nicht oft sagen, aber ich dachte, da wären mal so eins, zwei Events gewesen, wo du gesagt hast, ja, auf dem Dorf mit der Simme. Das ist doch deine Worte. Das ist ja nicht das Dorf. Das Thüringer bzw. Ostdeutschland identifiziert sich ja mit seiner Simme. Ja. Und das ist für dich ein Ding, dachte ich. Für mich ist Dorf ein Ding, als Städter, Großstädter. Doch. Ja. Ich suche das in meinem Leben. Wir werfen uns hier die Völkerbälle zu, wie Joko und Klaasens des 21. Jahrhunderts. Des 21. Jahrhunderts. Ich habe im Übrigen kürzlich Schlag den Rab geschaut, die erste Folge. Oh, geil. Und Heidewitzka, waren das andere Zeiten? Ja, aber der Oppenheimer oder wie er der heißt, den mag ich ja nicht als Moderator. Und zwar, hör zu, also Tino würde sich jetzt hier, würde hier straight up hinscheißen, wenn er das hören würde. Denn es gibt dann so einen Geschmackstest, man hat so drei Sachen auf dem Löffel, muss irgendwie schmecken, was das ist. Und Rab kriegt dann halt so Augenbinde auf. Und sie, weil Rab anfängt, kriegt Augenbinde und Kopfhörer, damit sie nichts hört. Und der Moderator testet, dass sie wirklich nichts hört, indem er fragt, kannst du dein Kleid für mich ausziehen? Und als ob das nicht witzig genug ist, macht er es in der zweiten Runde wieder, indem er sagt, boah, mach dich nackig. Echt jetzt? Ja, und ich dachte so, Alter, what? Ich dachte nicht, dass die 2000er so schlimm waren. Also der Typ kommt halt aus dem Fußball, ne? Da ist ja das pure Testosteron, das ist da normaler Umgangston. Der Typ hat maximal einen Teelöffel Test, dass du das bestimmt bist viel, aber anyways. Ne, ich finde den super scheiße, Alter, ich liebe Steven Gäthchen. Steven Gäthchen ist geil, ja. Ja, der Optenhövel, der ist einfach eine Nulpe, es tut mir leid, aber ich habe auch echt 2016, 17 irgendwie in dem Dreh, habe ich alle Folgen schlagt den Rab am Stück mal durchgeguckt. Das ist so dumm, die sind übelst langatmig. Ja, ich weiß, aber das war so eine Zeit im Winter. Hast du die wenigstens auf Geschwindigkeit 1,25 geguckt? Nein, das war natürlich auch so Second-Screen-Experience, ne? Ich habe dabei gezockt und so, aber das ist schon auch geil gewesen, aber vielleicht ist es in mehrerlei Hinsicht schlecht gealtert, keine Ahnung. Ey, ich will es doch mal einordnen, ich bin der Letzte, der bei sowas krass dünnhäutig ist, aber ach du Scheiße. Der einzige Grund ist halt wirklich, dass sie eine Frau ist. So, Stefan hat das nicht abbekommen, wie zeigt mal dein Pimmel. Ja. Hol mal dein Pimmel raus, dein Fleischer-Penis. Jetzt würde dir der von Tino, den du totgeprügelt hast, jetzt würde der dir stolz auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, wie sensibilisiert du bist. Hm, also ich weiß nicht, also wenn das sensibel ist, dann bin ich auf jeden Fall sensibel. Ja. Man sollte eine Frau nicht mehrfach von Millionen Leuten sagen, sie soll sich ausziehen. Habe ich jetzt gelernt, bin ich jetzt sensibel. Ich habe natürlich auch nur gelacht, weil das irgendwie so absurd ist. Ich finde das jetzt auch nicht wirklich witzig oder so. Also auch damals hätte ich das jetzt nicht als eine gute Punchline empfunden, glaube ich. Aber ja, es ist halt absurd, dass das wirklich passiert. Großartig. Wo du gerade irgendwas von Joko und Klaas laberst, Joko hat doch diese Show von wegen, alle kommen zu mir und müssen irgendwie Quiz-Sachen machen. Und hier, wer steht mir, die Show hat der ja, ne? Das ist ein ziemlich griffiger Titel. Den sollte der konsumieren und müssen Quiz-Sachen machen. Ja, würde ich angucken. Erst dann haben wir dann die Idee, lass machen. Ja. Naja, und wer da irgendwie verliert, der musste früher durch so einen Tunnel of Shame. Und in der jetzigen Staffel ist es so, dass die dann in so eine Fake-Arabella-Show müssen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Doch, kenne ich. Das war auch die, ne, die Spezielle. Inwiefern? Die mit der dunkleren Haut. Ach so, ja. Sehr spezieller Mensch. Sie ist etwas dunkler. Man sieht, etwas dunklere Menschen stellen nicht die Mehrheit der Menschen auf der Welt. Nein, sie sind speziell. Ich wollte einfach an Obtenhöfel andocken. Tut mir leid. Ach so. Ja, ich hab die gesehen und dachte so, oh Schnecke, wenn du dich jetzt ausziehen würdest. Ja. Auf jeden Fall Wartelkopfschläufen. Ingwertee? Genau, das schlug ja damals in die gleiche Kerbe wie irgendwie Vera am Mittag und Britt und so weiter, ne? Ganz, ganz schlimm alles. Von ProSieben darauf. Ich weiß nicht, Mutti hat das irgendwie gefühlt immer samstags oder wann beim Bügeln geguckt und laufen lassen. War das nicht auch das, was MCM immer gesungen hat, wenn seine Technik ausfällt? Karabella. Ja, nah dran. Und ich weiß nicht, man hat irgendwie so gefühlt diesen Bügelgeruch in der Nase, wenn man diese Shows sich anguckt. Ja, doch. Also ich nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Und ja, du hast nicht so viel in der Nase, außer Pupillen wollte ich gerade sagen. Ne, fast. Wesen die Dinger? Ja, Prophylaxen. Prophylaxen. Scheiße, was ist die denn nur? Polypen. Dankeschön. Aber Pupillen, wenn auch witzig. Komm, sehr ehrlich. Ja, Polypen, weil das so viele sind, wie Polyphone, Klingeltöne, die waren ja auch so geil. Wir bleiben in den 2000ern. Und dann habe ich nämlich geguckt, was war denn bei Arabella damals so das Thema? Und ich habe das bei YouTube eingegeben. Das erste war, was kam? Mein Freund ist peinlich. Ist das was, was ich im Stream gucken sollte? Das klingt ja großartig. Weißt du was? Ich erzähle es nicht. Guck es im Stream. Dann muss ich mir das eben aufschreiben. Mein Freund ist peinlich. Karabella. Okay, pass auf. Es kommen, glaube ich, drei Freunde und du rätst jetzt mal bitte, also die sind aus verschiedenen Gründen peinlich und du rätst jetzt mal bitte, warum die peinlich sind und ich schwöre dir, das ist nicht dabei. Okay, also ich rate, ohne irgendwas zu wissen. Genau, warum sind die Freunde zum Beispiel peinlich? Na, der eine macht in der Öffentlichkeit komische Sachen. Mhm. Der andere ist schlecht in der Schule und arbeitslos. Warte, Öffentlichkeit? Ich schreibe mal Hartz IV, weil damals gab es das noch. Ja. Wobei es gibt es inzwischen eigentlich auch wieder, aber gut. Und der dritte, der ist so ein Frauenheld, der spricht über die Frauen an und ist so laut und macht so Sprüche und das ist peinlich. Der letzte ist sogar nah dran. Okay, alles klar. Dann, bitte, dann machen wir hier gleich noch ein bisschen Werbung für den Stream, der morgen um 20 Uhr, nee Quatsch, das ist Gaming, Mittwoch um 20 Uhr läuft. Alter, hervorragend. Gibt es Wingman für Streaming? Das bist du. Ja. Swingman. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ja Markus Tuba jetzt irgendwann dann nächstes Jahr dann bald auch Zehnjähriges hat. Und ich sag mal, gut, gut gewinkt ist halb gebimst, ne? Das stimmt. Und gebimst, er sie hat. Hör auf. Und oh, wie gut er das tat. Sicherlich. Ich warte noch auf den Schrei. Aber nur genau in dem Maße, wie sie das auch für gut erachtet und nicht. Also, ach, jetzt hab ich aber eine Sackgasse rein manövriert. Oh, warte, 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 ich bin so erregt. Hör auf, sonst bin ich zu erregt. Kann man auch nicht machen. Hallo, ich hab gestern über einen Subreddit, über einen Askreddit-Thread erfahren von Forced Orgasm. Das geht ja fast in die Richtung Rape, aber scheinbar nicht. Also, irgendwie auf Pornhub kann man das wohl nicht suchen, stand in den Kommentaren. Aber das ist wohl von ganz vielen Leuten. Also, die Frage war so, was ist ein Fetisch, den du hast, den du aber nie zugeben würdest? Aber es ist halt irgendwie so. Und dann geben das alle zu. Ja. Wow. Naja, also, das ist ja anonym. Also, ne? Als reale Person. Aber, ja, also, es geht wohl in die Richtung, dass die Leute gerne gezwungen, also, es ist natürlich noch mal Fantasie, ist ja auch noch mal was anderes, ob man das als Fantasie hat oder wirklich hat, aber, dass die Leute nicht vergewaltigt werden wollen, aber halt so Forced Orgasm oder Orgasm Control, ganz komisch irgendwie. Das ist so eine ganz wilde Grauzone. Vielleicht kann man sich in Zukunft da vor Gericht drauf berufen. Also, was ist das? Ich als Mann, äh, habe nicht, habe kein Interesse zu, äh, ja, zum Höhepunkt zu kommen. Und jemand ist aber offenbar so lange, keine Ahnung, am Raumspielen, bis es doch passiert, oder? Ja, aber, also, du findest das nicht gut, aber, du findest das nicht gut. Als ich, so alt war wie du, hieß das noch, äh, zu früh kommen. Nee, 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 es ist so, ja, ich verstehe, was du meinst, aber es ist nicht das, es ist eher das, ich, ich will gar nicht, aber das finde ich gut, dass ich das nicht will. Das ist ganz absurd irgendwie. Mhm. Ja. Ey, ja, die Leute holen sich da die verrücktesten Sachen irgendwie raus. Wo sind wir da jetzt eigentlich gelandet? Ich wollte eigentlich meine Polypen ansprechen, also. Wir lassen gerade die Woche Revue passieren. Sehr hart, ja, also es gab noch ein paar andere Team, äh, der ein oder andere Forst Orgasm von Apple War Pictures muss vielleicht noch angesprochen werden, guck mal gleich mal. Aber ich wollte nur sagen, wenn das heute keine Stunde wird, man hört sich, red halt wieder sehr nasal, meine Polypen sind gut am Flattern. Pupillen. Äh, Pupillen und, äh, übrigens habt ihr schon gemerkt, dass Tino krank ist und Herr Rotes da ist? Hey, äh, das haben die letzte Woche gemerkt, aber ich hab ja in die Oase, für die man sich für drei Dollar im Monat einkaufen kann, einen Textbrennpunkt reinforstiert. Oh, das stimmt. Den hab ich ja sogar angepinnt. Und, äh, ich glaub sogar Dian hat sich die Mühe gemacht, den dann wieder in Stimme zu verwandeln mit einem Computerprogramm. Und ich frag mich, warum wir überhaupt noch sitzen. Also, es ist ja, eigentlich geht einfacher, ne? Ja, vielleicht könntest du die ja mal ganz kurz durchgehen, weil du bist ja am Zahn der Zeit gewesen letzte Woche damit. Nur mal so andeuten, damit wir die Woche so ein bisschen auch haben. Ja, was hatten wir? MyLab hat ihr, 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 ihren Gag da irgendwie revealed, ihr, was war das, die Finte? Ne, was war denn das hier? Ein Stunt hat sie gemacht. Ja, nein, nein, nein. Hallo, hier ist Johnny Knoxville and this is, ich mach jetzt ein YouTube-Video und sag, ich gründe eine Partei durch die Blume und dann mach ich das doch nicht. Meines Erachtens, also ich hab's, ich hab euren Brennpunkt dazu gehört und ich war nie der Auffassung, dass sie eine Partei gründen will. Aber ich hab auch gedacht, okay, die wird jetzt politischer. Also, das mit der Partei, das hab ich auch erst dadurch, den Gedanken hab ich erst dadurch gekriegt, dass ihr's halt gesagt habt im Brennpunkt. Na, sie sagt halt im Video, also ist ja eh nicht mehr akkurat, dieses Video, ne, aber sie sagt sowas wie, sie wird jetzt hier keine Parteiwerbung machen. Und das heißt ja entweder eine eigene Partei oder einer beitreten, aber da sie vorher sagt, dass keine so richtig irgendwie die Themen aufgreift, die relevant sind für sie. Aber wie gesagt, das war ja eh bewusst manipulativ, ne, deswegen müssen wir das jetzt auch nicht so auseinandernehmen. Was dann letztendlich draus geworden ist, fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Sie hat's aufgelöst, sie hatten, zunächst hat sie ein Video über Populismus und die fünf Techniken, die fünf hauptsächlichen Techniken des Populismus gemacht, wie zum Beispiel Strohmänner bauen oder so ein Samen pflanzen und dann sagen, war gar nicht so gemeint, aber der Samen ist dann gepflanzt und vieles mehr. Ja, wie beim Forstorgasm. Später ist sie, dann hat sie dann gesagt, ah, ihr habt doch letzte Woche mein Video geguckt, aber das war gut, ja. Und dann hat sie aufgezählt, dass sie in diesem Video all diese fünf Techniken angewandt hat, um dann den Punkt zu machen von wegen, wenn... Keiner ist immun. Keiner ist immun und ich bin erst recht nicht immun, wenn der Populismus meine Meinung widerspiegelt. Dann sehe ich nämlich, ah, die sind gut und so. Und dann merkt man es nicht oder hinterfragt nicht so krass. Das ist halt auch so eine wichtige Lektion bei Propaganda, dass keiner davor sicher ist. Korrekt. Auch wenn man da komplett im Bilde ist, man kann halt immer irgendwie erwischt werden. Und das fand ich schon, fand ich schon gut. Vor allem, witzigerweise hatte ich die erste, meine erste Reaktion war so, an so ApoRed und Leon Machère Videos zu denken, die ja auch gerne mal so, haha, wir haben euch nur verarscht und so. Aber das ist ein bisschen offensichtlich. Ja, ja, na klar, absolut. Aber da ist ja dann immer die Reaktion unten, ja, das ist so dumm, das ist so dumm. Und hier fand ich es halt nice, dass die Leute gesagt haben, du hast mich dran gekriegt, aber voll gut, dass du es gemacht hast. Und es waren halt, also ich habe zumindest keine Kommentare gesehen, die es gesagt haben, so eine dumme Scheiße, hast du nur für die Klicks oder was auch immer. Das war schon good stuff, good stuff. Ihre Sendung ist doch im Öffentlich-Rechtlichen, also braucht die doch gar keine Klicks, oder? Äh, jein. Ich glaube schon, dass sie, also wir hatten das ja bei den Gehältern, wo du leider nicht anwesend warst, die Gehälter von GEZ, und je nachdem, wie viel Reichweite du hast, denke ich schon, dass sie nach oben schnellen, sonst hätte nicht Markus Lanz mehr als sie. Das heißt, wenn MyLab wieder Jahresgespräch hat, kann sie sagen, ey, hier, mein Video 600.000, ich hätte es gerne mal ein bisschen jetzt hier. Ich glaube schon, dass das ein Ding ist. Aber, ja, das wird jetzt nicht die Nummer 1 Intention gewesen sein, das will ich hier nicht unterstellen. Ich schon, denn man muss immer alle Fragen stellen. Hat MyLab das vielleicht doch nur für die Klicks gemacht? Ja. Naja. Ne, man muss immer kontroverse Sachen sagen und dann sagen, ich stelle ja nur Fragen. Man muss die Sachen aber auch in einer Frageform stellen, sonst ist es eine Aussage. Das stimmt wohl. Zum Beispiel kann man ein Statement machen oder nachsagen oder etwa nicht. Wie ist denn das jetzt mit Israel? Ich stelle ja nur Fragen. Wie das da ist, da ist auf jeden Fall einiges am Machen. Ich glaube, denen geht es da irgendwie gefühlt nicht so gut. In Israel geht es denen, glaube ich, vergleichsweise gut. Ja, nee, da, wo die Front langläuft, so Gaza-mäßig. Das ist ja ganz praktisch gemacht, weil der Gaza-Streifen ist ja schon ein Streifen, sodass man die Front ganz klar sieht. Stehe ich nicht. Na, weil eine Front ja auch ein Streifen ist auf dem Battlefield. Egal. Hm, die Gaza-Front, ja, ja. Ja, der ganze Streifen ist die Front. Jetzt haben wir den Schelm auf jeden Fall richtig sowas von in die Weichteile getreten. Ja, diverse Kriege auf der Welt. Erste Kiffig-Zigaretten im April. Die ersten Kiffig-Zigaretten. Ukraine verliert gerade. Mal gucken, ob da noch Reaktionen kommen. Was man halt so hat. Okay, erste Kiff-Zigarette. Was sagst du denn? Ja, ich bin da auch nicht so ganz drin. Ich habe das am Rande mitgekriegt. Also, was steht hier? Minderjährige am Girlie? Was Minderjährige kriegen? Ah, das stimmt. Dazu habe ich was geschrieben. Ich erinnere mich. Ab 18 ist Kiffen. Genau, das ist nämlich richtig witzig, weil sich natürlich Lauterbach vorhin hinstellt. Studien sagen ja, das Gehirn entwickelt sich irgendwie bis 25. Während sich das entwickelt, wenn man da kifft, kriegt man möglicherweise Langzeitschäden für das ganze Leben, dass das Gehirn dann in Entwicklung gehemmt ist. So, jetzt ist natürlich das Argument, wieso geben wir das dann für Leute zwischen 18 und 25 raus? Das Argument ist, dass es gesetzlich einfach schwer machbar ist ab 25, aber das sagt natürlich keiner. Ja, und persönliche Freiheit einfach auch, ne? Und, aber was er sagt ist, ja, 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 aber dadurch schützen wir die Leute zwischen 18 und 25 vor dem Schwarzmarkt. Ja, aber was ist da mit den Leuten unter 18? Also, das Argument ergibt halt einfach keinen Sinn. Ja, 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 aber die Leute unter 18, das hatten wir ja bei Alkohol ja auch, ne? Also, das ist ja schwierig. Ja, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die jetzt höher bestraft werden, die Leute, die an diese Leute verticken, ne? Aber gut, wird die Realität dann zeigen, ob das wirklich so hinhaut, ne? Endlich, endlich, wir haben jetzt zehn Jahre, ziemlich genau zehn Jahre auf unsere Millionen verzichtet. Geil. Es ging an den deutschen Handverband und endlich ist das Geld gut angelegt. Was meinst du, wie, wie groß war der Dienst des Handverbands an diesem Ganzen? Das ist die, ja, die Einzigen, die das gemacht, nur, die haben da, das sind, Robin, die haben das legalisiert. Ja, ja, so. Nun, Assange soll endlich Asyl in Deutschland bekommen. Außerdem haben wir mit dem Christian Christoph Carsten auf dem Hotelsimmer gechillt. Wie hieß der gleich? Ja, das ist ein netter, der hat aber damals schon nur E-Zigarette geraucht, wie so ein Schmuck. Wie so ein Schmuck. Ja, stimmt, der hat er selbst nicht gekifft. Ja, das war nett mit dem ja schon. Ja, kein schlechtes Haar an dem lassen. Oder nee, warte, wie sagt man? Keine Latte vom Zornbrechen. Ja. Kein Zaunspfeier mit ihm winken. Cool, das war auf jeden Fall letzte Woche. Diese Woche habe ich, während ich gerade in Malaga rumgeskated bin. Einfach wieder Assange übersprungen. Alter, bist du die EU? Ja, bin ich. Okay, dann skaten. Ey, selbst Lanz und Brecht haben jetzt einen ausführlichen Podcast über Assange gemacht. Der hat ja wirklich alles gesagt. Okay, ja, stimmt. Also das, also, wenn sogar Thomas Goik sagt, dass es auch wichtig ist, ne? Also, es ist einfach ein schlechter Trend, dass wir Andor und Gags machen, die immer nur die jeweils andere Person versteht, vor Millionen Publikum. Ja, Milliarden. Ja, das ist schwierig. Außerdem können das viele verstehen, weil du hast ja in irgendeinem Video, hast du das ja gesagt. In deinem Video über Second Side, ich weiß es nicht, nee, ein anderes. Kann gut sein, dass es Second Side war, ja. Das ist das Safe, das ist ja auch schon über zehn Jahre alt. Ah, Leute, ihr müsst auch ein bisschen recherchieren. Das ist ja nicht mal auf, das ist ja auf Giga sogar erschienen und nicht irgendwie auf dem Nostarafo-Kanal. Ich würde damit sagen, wir sind hier, wir tragen euch nicht den Arsch hinterher, wenn ihr unsere Gags verstehen wollt, liebe Fans. Dann müsst ihr auch ein bisschen recherchieren. Ja, ein bisschen Eigeninitiative hier, ja. Ein bisschen Transparenz würde ich mir da durchaus wünschen. Auf jeden Fall. Gucken wir mal, was diese Woche passiert ist. Ein gewisser Nick P. Hat Flugzeuge im Bauch oder so. Nee, der hieß anders. Nick irgendwas. Nick H. Hat mir nämlich jetzt einen Link geschickt zu einer gewissen Sam alias Ash, die jetzt 24 ist und die mit Chan von Apple War Pictures so Videos gemacht hat. Unter anderem diesen räudigen Meerschweinchen-Kanal, da mach ich mich ja jetzt Feinde, wenn ich das sage, aber so ein Kanal, wo Meerschweinchen so tun, als würden sie reden mit der hochgepitchten Stimme von Chan, da haben sich damals schon meine Fuchsnägel hochgescrollt. Also ich glaube, mein GF hat das damals gern geguckt. Die war da aber auch irgendwie zwölf. Zwei. Oder zwei. Ja. Ja, da kommen wir ja direkt zur Parallelen zu dieser Ash, die war nämlich damals irgendwie 15. Sie war nicht nur zwölf, sie war auch eine Bitch und keine Whore. Ja. Also sie hat, das Ursprungsvideo ist auf TikTok erschienen, warte, ich gucke gerade mal eben, irgendwie Elfter Zweiter oder sowas kam. Nee, Neunter Zweiter. Das muss ich sagen, das ist ziemlich Panne, dieses Video. Das ist so ein typisches TikTok-Nachsynchronisiert-Video, so ein Lied, das heißt 18 Plus von Scene Queen. Da geht es halt um diese Grooming-Thematik und sie setzt da halt Apple-War-Pictures ein. Man sieht es an den Lippen, aber es ist halt ausgepiept. Hast du schon mal gegroomt? Nicht, dass ich wüsste. Also Groomen heißt ja irgendwie Leute ranziehen und so sagen, ey, ne, Sex machen oder so. Ehrlich gesagt bin ich ja nicht ganz im Klaren, was das jetzt gibt. Na, sich gefügig machen oder nicht, oder weiß ich nicht. Dann muss ich es nochmal googeln. Google nochmal. Ich dachte, da steckt noch irgendeine Alters-Thematik mit drin in dem Begriff. Eine was? Alters-Thematik. Ach so, ja, ja klar. Also, ja, sie ist halt sehr jung und er war, weiß ich nicht, der ist jetzt über 40. Ich weiß nicht, wie alt er damals war. Und, äh, ja, sie hat das halt, also dieses Video ist halt ein bisschen Panne, aber die Leute haben das halt gecheckt, dass sie Apple-War sagt, obwohl sie das zensiert hat. Und dann hat sie jetzt so einen ganz langen, äh, Twitter-Thread gemacht. Also, das heißt, äh, Ex-Ehemals-Twitter. Ja, sorry. Damals unter dem Namen Lucy bekannt. Bla, bla, bla. Und, also, da ging es auf jeden Fall um Freundschaft Plus. Okay, gibt's von der noch Videos? Ist die geil? Ähm, Obtenhöfel, ob du dich mal zusammenreißt. Ja, ich will das ja einschätzen. Ich weiß es nicht, Lucy Apple-War, ich hab nur den Dingsens, Lucy-Chan-Apple-War. Also, das war, glaube ich, schon so eine, so eine Konstante. Okay. Ja, warte, lustige Witze im Adventskalender, Studentenwitze mit Lucy Shaddix. Das ist die, von Masterjams ist das Video aber. Das ist ja ein, so eine große Gangbang-Party gewesen, dieses Apple-War-Pictures. Ja, das war zu einer Zeit, wo so 100.000 Abonnenten mal so richtig, richtig viel war. Ja. Da war mal auf jeden Fall, da war auf jeden Fall der King im Bootshaus. Ja, genau, und das ist dann halt jetzt so ein Ding und ich weiß nicht. Für mich war halt, das hab ich dir direkt geschickt, für mich war der größte Entertainment-Faktor an dem Ganzen, dass es ein Foto gibt von Can und, ähm... Abaddon. Abaddon, genau. Das ist natürlich immer ein großer Gag. Ähm, ansonsten ist es jetzt nichts weiter Neues. Aber das ist nur angerissen, also, diese Lucy war, war, äh, recht jung und der Can hat sich an sie rangemacht und als sie 18 wurde, dann mehr gewollt. Hab ich das richtig? Nee, 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 nee. Weil so ist es? Von Anfang an war sie minderjährig. Das fing schon mit 15 an. Man wird in der Regel minderjährig geboren. Das ist korrekt, ja. Man wird ja nicht mit 15 erst minderjährig, sonst hieß sie der für eine Krütze. Was? Das fing mit 15 an. Mit 15 wurde ich minderjährig. Was? Das hab ich so überhaupt nicht gesagt, ey. Doch, hörst dir an, hörst dir an. Ich hab's auf, ich hab's auf, äh, Audio. Okay, ich hab's auf Brennpunkt. Ja, also, wie dem auch sei, äh, das Interessanteste noch, also, ne, das ist natürlich scheiße, das brauchen wir jetzt nicht einordnen, cool, ne. Also, schildert sie denn, dass sie mit 15 bereits mit ihm geschlafen hat, aber eher halt über 18 war? Ja. Ja, sie sagt halt hier dieses Carina Push und sie war People Pleaser, deswegen hat sie da irgendwie erstmal nicht, äh, nicht groß irgendwie was, ein Fass aufgemacht. Can hat mich und genügend andere, sagt sie auch, aber das wird überhaupt nicht weiter ausgeführt, gegroomt. Und in meinem Fall haben wir uns damals, ich noch als Fan mit 15, eher als mein damaliger Lieblings-YouTuber mit weit über 30 kennengelernt. Über 30? Und sehr gut angefreundet. Der ist sehr viel älter als die anderen von Apple War Pictures auf jeden Fall. Und dann ging es auch sehr schnell in die sexuelle Richtung. Diese Freundschaft plus, mit sehr großen Anführungszeichen, ging dann die ganzen Jahre, all die Jahre, in denen wir Videos gemacht haben, von Convention zu Convention gereist und sonstiges öffentlich. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich, ich glaube 2019 oder 20, dachte, ich wäre lesbisch. Da hat es dann aufgehört. Die ist jetzt 24, das heißt, mit 20 ungefähr hat es dann aufgehört. Äh, das ging also ne Weile. Sie sagt halt zu diesen anderen gar nichts. Also es sind wirklich sehr viele Tweets dazu, aber es geht halt wirklich nur um sie. Ähm, also weiß ich jetzt nicht, inwiefern das andere ist. Aber das Interessanteste halt daran ist, dass er sich komplett aus dem Internet rausgelöscht hat. Also nicht gelöscht, ich glaube diesen Meerschweinchen-Kanal gibt's noch, aber er hat halt alles auf Eis gelegt. Die Märys, genau. Sagt da nichts weiter dazu. Er sagt halt in seinem Abschiedsvideo, ja, ich hab irgendwie keine Ideen mehr und so. Dann kam das Abschiedsvideo. Also ich hab dieses Abschied vor 13 Tagen mittlerweile. Okay, also direkt in dem Zusammenhang, okay. Ähm, ja, 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 ja. Er sagt halt, äh, glaube ich, nur auf diesem Meerschweinchen-Kanal macht er halt Abschied. Und da, da erzählt er, ich hätte, er hätte keine Ideen mehr. Also er thematisiert das nicht, aber er sagt, er geht komplett aus dem Internet raus. Er verkauft seinen PC. Das ist irgendwie auch so ein bisschen seltsam. Und, äh, ja. Der ist jetzt weg einfach. Ja. Er hat es wahrscheinlich wirklich gestimmt. Oder hat es in Teilen gestimmt und sie übertreibt. Es sieht, es sieht da, es sieht schon sehr danach aus, als ob's stimmt. Er hat auch noch einen letzten Livestream gemacht und hat da gesagt, ich bin auch manchmal echt scheiße. Ich war auch einfach so viel scheiße. Also ich, ne, das ist hier als Text aufgeschrieben. Ich war auch zu so vielen Freunden scheiße. Ja, auch auf so vielen Leveln, dass ich gar nicht mehr entschuldigen kann für die ganze Scheiße, die ich verbockt habe. Aber was soll ich machen? Ich entferne mich jetzt einfach aus dem Internet und hoffentlich reicht es damit. Also je nachdem, in welche Dimensionen das ging, ne, Hashtag Abaddon, ist das natürlich auch alles strafrechtlich relevant. Deswegen weiß ich nicht. Dann ist das ja dieses typische, sie müssen sich nicht selbst belasten Ding, wenn er sich einfach rauslöscht. Aber in Terms of Moral, angenommen, man hat jetzt so einen Scheiß gemacht und schaut da jetzt, was weiß ich, 10 Jahre oder was waren es, 7 Jahre später? Ne, die ist jetzt 24, irgendwie sowas. Schaut jetzt drauf zurück und weiß, dass man den übelsten Scheiß gemacht hat. Ist es dann die richtige, also beziehungsweise kann man sich überhaupt rehabilitieren? Und was bringt es, diese Person weiter zu haten? Ähm, ja, das ist, das ist auch wieder eine Einzelfallbetrachtung. Ach, Chanhaten, weiß ich nicht, der stand halt irgendwie kurz, nachdem sie das öffentlich gemacht hat, vor ihrer Tür, was sie halt auch super kacke fand. Äh, weil das halt, äh, dass sie wieder alles so hochgeholt hat und halt so ein bisschen, ne, da steht er plötzlich da, so richtig stalkerig. Ähm, also sie sagt das, ne, das ist jetzt hier alles, das sind keine, also ich geh mal davon aus, dass es stimmt, aber das kann natürlich auch nicht stimmen. Ähm, aber stelle ich mir schon auch weird vor, wenn er dann vor der Tür steht, aber das muss halt in jedem Fall immer einzeln betrachtet werden. Es kann natürlich sein, dass die an sich voll das gute Verhältnis hatten, aber es halt trotzdem einfach scheiße war wegen dem Machtgefüge, auch weil er irgendwie krasser YouTube-Star war und sieht er als Fangirl ankommt oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, wie das genau war, ähm, aber wenn er halt obendrein noch richtig scheiße war, wie er es selber sagt, dann kann das schon sehr ungeil gewesen sein, wie es genau war, who knows. Aber zum Beispiel so ein Lord Abaddon, der hat sich ja nie irgendwie bekannt, ne, der, der ist wahrscheinlich gefühlt ein schmutziger Mensch, so, hat das nie aufgearbeitet, so. Wenn jetzt aber jemand das gemacht hat und dann sagt rückblickend, Alter, ich kann's gar nicht fassen, aber die, die, selbst die Leute, was ich für eine Scheiße gebaut hab, selbst die Leute werden ja dann, denen läuft das ja den Rest der, der, der Karriere, wenn sie dann überhaupt noch existiert hinterher, so, die kommen ja da, die nie wieder raus. Ich denke mal, das ist das Einzige, was die dann machen können, dass sie halt eben diesen Karriereweg beenden, weil du wirst es nicht los. Da frage ich mich mal, ob vielleicht doch hundertprozentige Transparenz das irgendwie noch gerade schieben kann, aber den Weg hat gefühlt bisher noch keiner gewählt. Also ich glaube, es gibt nur die andere Möglichkeit noch, dass du hundertprozentig transparent bist, aber dann halt so eine Juliens-Block-Attitüde an den Tag legst und dann kriegst du halt, die geneigte Zuschauer, die das dann irgendwie annehmen, sag ich mal, aber du wirst halt nicht so die Normies damit abholen. Weißt du wie? Also wenn du sagst, jo, fuck off, das bin ich halt oder das war ich halt, jetzt fuck off, ich mach mein Ding weiter, fickt euch alle. Ich glaube, mit dieser Attitüde wäre irgendwie noch was zu holen, aber ich glaube, dieser Mittelweg, der geht halt gar nicht. Das ist irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hart. Oder wenn der in, weiß ich nicht, in zehn Jahren wiederkommt und dann keiner mehr darüber redet, wer weiß. Also nee, das passiert bei dem Fall nicht, nee. Ja, interesting. Vielleicht kommt da auch noch mehr raus. Also es ist schön, wie YouTube Deutschland einfach zusammenbröckelt. Ich hoffe, dass das demnächst noch bei dem Torge rauskommt, dann wäre ich sehr glücklich. Gemein. Nein, ich habe nichts gegen Torge, das ist bestimmt ein ganz netter, das nehme ich zurück, falls doch was rauskommt. Aber wenn nichts rauskommt, dann bleibt der Vorwurf. Das haben wir wieder, den Populismus-Samen, der ist jetzt gepflanzt, sind alle was. Was ist denn mit Torge? Was weiß denn der Robin da? Was ist denn mit dem Torge? Ja, genau. Den Zeps mehr gucken? Ja, bitte guckt ihn nicht mehr. Nein, also Torge ist bestimmt ein ganz lieber. Ich habe nur bei Torge das Problem, dass ich seit zehn Jahren nicht verstehe, wie seine Zuschauer älter werden und sein Content gleich bleibt und es alle weiterhin feiern. Das ist einfach, das ist für mich der Inbegriff von Humor, aus dem man sehr schnell rauswächst, wenn man irgendwie 16 wird oder so. Aber es ist okay, es ist ein netter Mensch. Hast du dich schon so zwei, dreimal getroffen? Du hast ja einmal angegriffen als Assassin, dann hast du dem Konfetti ins Gesicht geschmissen und sicherlich dann noch irgendwas. Ja, und dann hat er mich einfach verwaltigt. Bis du zwangsläufig zum Orgasmus gekommen bist. Ja, das war übrigens keine Tatsachenbehauptung. Wir machen hier Satire, weil Satire darf alles. Ich glaube nur, dass der Torge jetzt irgendwie so Shows hat, so richtig. Also so richtig, der ist jetzt relevant. Der hatte ja so eine Sendung im Fernsehen, die war unterirdisch. Habe ich eins, zwei Folgen im Stream. Was ich nett finde, weil eigentlich will ich sehen, irgendwie ist es ein Zwiespalt, aber auf der anderen Seite will ich ihm keinen Klick geben. Und deshalb sind solche Streams natürlich ultra praktisch. Ja, sehr gut gemacht von dir. Morgen ist ja wieder so ein Gaming-Stream. Was spielst du denn da? Wir sollten das mal mit ... Dankeschön. Gute Frage. Ich weiß noch gar nicht. Ich muss ja noch einen Montag überbrücken, weil dann kommt noch so ein neues Folterspiel raus, wo man nach oben klettern muss. Aber das sieht nach Spaß aus. So ein Boulder-Spiel. Da sieht die Grundmechanik halt geil aus und nicht so scheiße wie zum Beispiel Getting Over It. Das war, nee, das war Golding, was du nicht konntest, ne? Das konnte ich. Ich habe da das erste Level perfekt durchgespielt, nur dann war es mir irgendwann zu dumm. In eigener Sache sehe ich hier gerade noch was. Ich bin gestern in Eventim nicht reingekommen. Ich habe ausführlich mit Solfang geschrieben, weil ich wusste, dass der einen Account haben muss. Vielleicht du als IT-Genie. Warum kann ich mir drei Accounts machen, logg mich da dann ein und dann geht es plötzlich nicht? Also ich konnte immer einen Account erstellen und beim Einloggen ging es dann nicht. Am Handy ging es nicht. Es ging nicht, wenn ich Passwort zurücksetzen gemacht habe und das Passwort Copy-Paste da eingesetzt habe. Ich konnte mich nie anmelden. Und dann habe ich das Solfang gesagt, halbe Stunde übelst am Hasseln. Und dann hat Solfang gesagt, schickt mir mal so eine Ranz-Mail von dir, dann probiere ich es mal. Aber da ich meine ordentlichen Mails verwendet habe, wollte ich das nicht. Ich habe dann so eine Ten-Minute-Mail genommen und mit der ging es auf einmal. Mit den anderen ging es danach immer noch nicht. Und ich kann es mir nicht erklären. Müsste ich die Fehlermeldung sehen? Müsste ich wissen, was Eventim da irgendwie will? Es gibt keine Fehlermeldung. Du drückst auf Anmeldung und dann wird einfach so ein rotes Ausrufezeichen, als wäre dein Passwort falsch oder sowas. Es ging nicht. Richtig schmutz. Ja, kaputt. Ist meine Diagnose. Ten-Minute-Mail ging dann. Ich hatte nämlich hier noch so einen geilen Gutschein von Kalle. Den habe ich jetzt schön für Blood Red Shoes in Berlin eingelöst. Du bist ja jetzt auch endlich vernünftig geworden. Aber doch in Amsterdam, oder nicht? Ach so. Nee, ich bin in Berlin. Dann sind wir da quasi gar nicht zusammen. Ah, okay. Nee. Amsterdam war ich oft genug. Drecksland. Drecksland, erzähl nicht. Nee, gönn dir. Ist schön, dass du da drin wirst. Ja, mal wieder was mit den Freunden machen. Mal wieder was unternehmen. Ja, vergiss nicht, Songs zu voten vorher. Ist ja Demokratie-Konzert. Ist ja geil. Muss ich dafür wenigstens einen Song gehört haben? Scheiße. Ja. Na ja, wie dem auch sei, es ist ja noch mehr passiert die Woche. Ich glaube, dieser komische Alexei Navajo oder so hat irgendwie das Zeitliche gesegnet und ist langsam mal in die Hände seiner Mutter geraten. Und also als leichter. Navajo, ach so, der wurde jetzt beigesetzt, ja. Ja. Haben wir da was zu sagen, oder? Ja, das ist ja dann auch wieder so ein halber Whataboutism, aber ich hab das, wie manch anderer auch, dem diese Assange-Geschichte gegenübergestellt. Alle sagen so, boah, die Diktatur, ne, der wird da eingesperrt, nur weil er oppositioneller Regierungskritiker ist. Ja, wow, schaut mal auf eure Finger, Leute. Ja, das, also wir haben das in vielen Themen, aber da würde ich jetzt auch nochmal einen ganz kleinen Unterschied zumindest in der Behandlung machen. Es gibt sehr wohl einen Unterschied. Es ist nicht identisch. Sibirische Minus-40-Grad-Ding oder in der Botschaft eingesperrt. Also da sind schon ein paar Welten dazwischen, aber es ist natürlich beides scheiße. Ja, also ich würde es ungern relativieren, weil es nicht exakt dasselbe ist. Ja. Einfach nicht vergleichen. Außer beides scheiße. Doch. Okay. Also, Navajo. Cool. Ist nicht cool. Ist ja offensichtlich, also klar, die Russen bringen ihre Leute um, wenn die nicht spuren. Fertig, also das ist ja nichts Neues. War das jetzt so ein Exempel, um zu sagen, hier, Leute? Oder ist das einfach jetzt, ich bin nicht ganz so drin, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, was die ersten Verschwörungen sind oder die ersten Theorien oder auch Fakten. Ob da, äh, es hieß ja irgendwie, dass er draußen unterwegs war und dann einfach zusammengeklappt ist oder so. Der hat sich, der hat sich auf seine Ankunft nach Deutschland auch auf Tiefersflug, mehr war da gar nicht. Genau. Nein, aber für mich ist halt so ein bisschen die Frage, ob das jetzt wirklich so, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt machen wir es. Oder ob der halt wirklich so hart in diesem Gefängnis gelitten hat, dass es halt nur eine Frage der Zeit war, bis er einfach wirklich kollabiert und stirbt, weißt du? Das wäre für mich jetzt interessant, auch wenn es keinen großen Unterschied macht. Das kann man nicht sagen, weil die Russen halt immer lügen. Also, ich glaube, gefühlt Zweiteres, aber man kann es halt absolut nicht sagen. Ob die gesagt haben, okay, der hat jetzt zwar keine Ahnung im Gefängnis oder was auf die Pauke gehauen, wir bringen ihn jetzt um die Ecke. Lässt sich einfach nicht sagen. Ich finde das nicht gut, dass du über Lachtel-Bachtel so redest. Stimmt, die sagt immer die Wahrheit, wenn sie sagt, die lässt sich die Lachte их noch machen. Oder wenn sie sagt, gute Nacht. Das ist ja nicht gelogen. Wieso? Weil sie eine gute Nacht wünscht. Ach so, naja, gut. Ja, also, Navajo, rest in peace, I guess. Und im Video am Montag, also morgen, sieht man ihn auch mal, denn ich war ja mit Max unter anderem in Malakka. Und der sieht dem wohl sehr ähnlich. Da gibt es so ein witziges Vergleichsvideo. Da könnt ihr noch mal an Navajo denken. Wann ist der denn eigentlich Navajo? Ah, okay. Wüsste ich nicht. Weil russische Wörter aussprechen. Das ist irgendwie so, was ich halt merkwürdig finde, er hat ja faktisch den Freitod gewählt. Er hätte es ja, aber er wollte halt nach Russland zurück. Also auch er wollte irgendwie ein Zeichen setzen. So, ich lasse mich hier nicht aussperren, nur weil ich andernfalls sterbe. Aber, ach, keine Ahnung. Und die russische Regierung dachte sich dann, ja, hier seht ihr mal, was mit euren Leuten passiert, wenn die hier rumspinnen. Also, seltsam. Ja, aber ist doch durch die Aktion eh viel größer als die Sache geworden, oder? Also, das ist ja genau der Sinn von, ich sage jetzt mal, Märtyrer sein, dass man sagt, hier, ich gehe jetzt ins offene Messer. Aber mit Überzeugung. Und dadurch lebt die Idee weiter. Und Russland ist ja nicht so gern gesehen, wenn du irgendwie protestierst und für Navajo auf die Straße gehst. Aber seine Totenwache hatte halt irgendwie eine kilometerlange Schlange, trotz der Gefahr von Schrafen. Und das ist schon, glaube ich, eine gute Sache, zumindest, dass sein Erbe dadurch irgendwie weiterlebt. Durch dieses, ich gehe jetzt dahin, obwohl ich weiß, dass es mein sicherer Tod ist. Ja, ich frage mich, ob es was bringt, weil die meisten, also die Russen, die den Krieg irgendwie ganz toll finden, die sind ja eh indoktriniert, und die werden wahrscheinlich jetzt durch Navajo nicht irgendwie umgedreht. Währenddessen die, die eh kritisch sind, gehen natürlich dann zu dieser Totenwache hin. Also, weiß ich nicht, vielleicht liege ich auch falsch. Kann man auch super schnell sagen. Es ist halt die Frage, wie viele von Herzen wirklich Putin-Freunde sind in Russland. Oder halt einfach nur, ne, Drittes Reich, man kennt's, Bequemlichkeit oder Angst oder was auch immer. Also, ich glaube, ganz vielen ist es scheißegal. Die gucken halt Fernsehen, denken, so passt. Wir werden sehen. Also, ich glaube, dass dadurch die ganze Idee von einem freien Russland größer geworden ist und das trotzdem irgendwie jetzt schlummert, so im Untergrund. Und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, vielleicht Dinge passieren. Das ist mein positiver Ansatz. Wenn das passiert, dann freue ich mich. Und dann stellen wir jetzt irgendwo einen Beton-Navallny in den Vorgarten. Also, why not? Ohne ihn natürlich zu sehr zu glorifizieren, weil der hat ja auch recht extreme Ansichten, besonders in der Vergangenheit und so. Aber das müssen wir jetzt nicht alles noch mal relativieren. Der Mann ist tot, wir dürfen nicht schlecht über den reden. Das wissen wir doch, wie es läuft. Über wen wir schlecht reden dürfen, ist Twitch. Denn die schalten in Korea oder haben in Korea ihren Service eingestellt. Und... Oh. The South One, ja, genau. Und die Koreaner haben das auf eine witzige Art und Weise zelebriert. Die haben nämlich am letzten Tag, wo Twitch noch lief, alle Hentai gestreamt. Mann, hast du nicht gesagt. Habe ich leider auch erst hinterher mitbekommen. Aber finde ich sehr, sehr witzig, damit umzugehen. Und haha, bann mich doch, bann mich doch. Aber warum sind die da raus? Das ist schon gut. Ich glaube, die hatten da irgendwie richtig schlechte Einnahmen oder so. Es hat sich nicht gelohnt. Ich weiß es nicht mehr irgendwie. Es hat sich, glaube ich, wegen Urheberrecht nicht gelohnt. Irgendwas war da. Aber es ging im Endeffekt um finanzielles. Na gut. Aber... Südkuchen. Meinst du, dass Twitch, weil die durch diese Streams von diesen Hentai, haben die dadurch Schwierigkeiten bekommen? Also Twitch themselves? Nein. Nein, nein, nein. Das stand ja schon länger fest, dass die halt abschalten. Nee, war diese Hentai-Stream-Aktion für Twitch eine Strafe? Oder war das schlecht für Twitch? Pfff, glaube ich nicht. Das ist dir noch egal. Warum verbieten die das überhaupt? Also, die Gebühren sind in... Genau. Die Gebühren sind zehnmal höher in Südkorea. Und die konnten sich da halt nicht einigen. Die Kosten für Streaming oder was auch immer, um diesen Dienst da anzubieten. Okay, schade. Dann tut uns leid an unsere koreanischen Zuschauer. Schauer. Ihr könnt uns nach wie vor auf YouTube gucken. Ihr könnt nach wie vor den Brennpunkt hören. Aber auf Twitch nur noch wahrscheinlich mit VPN. Ja, anschließend möchte ich noch eine gute Nachricht, über die sich auch der Herr Obtenhöfel freuen wird. Denn in Dragon's Dogma 2 wird es Bordelle geben. Das freut mich doch sehr. Gut. Dann hat sich ein US-Air Force-Member dabei selber, wo wir gerade von Twitch reden, gefilmt, gestreamt, wie er sich anzündet. Für ein freies, palästinensisches, wie auch immer. Ich will gar nicht Free Palestine sagen, weil das jetzt schon wieder... Das ist ja, das ist ja jetzt schon wieder belastet. Ich weiß das von dir. Das habe ich auch gelesen, ja. Aber ich hatte an dem... Ach so, ich hatte... Ja, ich hatte an dem Tag halt echt keine Lust, darüber zu reden. Aber der hat sich halt angezündet und live auf Twitch gestreamt. Sagt dann, bevor er stirbt, sechsmal Free Palestine. Und das Absurdeste daran ist, dass der Security kommt und während er schon tot verkohlt am Boden liegt, hält er immer noch eine Waffe auf den. Ist halt vor der israelischen Botschaft. Von daher kann man schon das nachvollziehen, dass der Security vielleicht ein bisschen Angst hat, dass er noch explodiert oder so. Aber die Pistole rette ich dich dann auch nicht. Also es ist einfach absurd. Da brennt ein Typ und dann kommt eine Security und zielt mit der Pistole auf den. Aber, ne, der hatte vielleicht doch... Ich glaube, der Security hat schon alles richtig gemacht. Aber ich verstehe, dass diese Szene offensichtlich recht absurd wirkt, ja. Das ist so irgendwie Amerika in the nutshell. Wir müssen die Amerikanen abknallen. Ja, genau. Ja, aber es hat jetzt auch ein bisschen was nach sich gezogen. Da gab es so große Massenproteste jetzt in dem... Ja, nicht ganz. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende, Tausende, Zehntausende mittlerweile tot sind. Vor allem Unschuldige. Aber es hat halt die Welle von Veteranen nach sich gezogen, die ihre Uniformen verbrennen. Das ist auch gerade so in der amerikanischen Bevölkerung einer der größten Kritikpunkte an Biden, nachdem er halt alt ist, dass seine Israel-Palästina-Politik nicht so geil ist. Und das wird jetzt ein bisschen gelockert, denn der schickt jetzt... Der Biden hat jetzt genehmigt, dass jetzt so Hilfspakete über dem Gazastreifen abgeworfen werden. Ich hab kürzlich so ein Spiegelding gesehen, wo so irgendwie 5000 Leute am Strand sind und da kommt so ein Flieger und wirft den Bums da ans Meer und die kloppen sich da alle voll drum. Geht. Also find ich auch nicht so bedeidenswert. Tut mir ehrlich gesagt leid. Kontrovers, ich weiß aber. Gleichzeitig hat noch ein Foto die Runde gemacht. Ich kann auch gleich mal gucken, ob ich's finde, weil du wirst wieder interessiert sein. Eine Truppe israelischer Soldaten, die so richtig klischeehaften Selfie posten, so ein Gruppenselfie und so übelst happy in die Kamera grinsen und im Hintergrund komplett zersprengtes Gaza. Also wirklich nur so eine Baracken und zerfallene Häuser und da diskutieren viele, ob das jetzt die nächsten Preise alle abräumt, weil's einfach so absurd ist, diese Diskrepanz dazwischen, zwischen diesem modernen, guck mal Selfie-Cam und da hinten einfach mittelalterlich, wir zerstören uns alle. Schenkst du mir das per Telegram? Ich hab versucht, ein bisschen zu reden und das währenddessen zu suchen. Bis jetzt hab ich's noch nicht, aber ich finde dir das. Das müsste ja hier irgendwie bei Pics gewesen sein. Das ist bestimmt das Top-Voted-Picture, das ging richtig rum. Mother Loses. Ah, das, okay, nee, das ist das Top-Foto diese Woche. Da hat eine Mutter ein Lawsuit verloren, über 800.000. Sie hat gesagt, sie hat eine Disability und dann ist aber ein Foto, das ist halt so absurd, das ist ein Foto von ihr aufgetaucht, von ihrer Nachbarin, die hat das rausgesucht, wie sie einen Contest gewinnt, bei dem es darum geht, Bäume zu werfen. Okay, nice. Ja. So, das ist auch ein schönes Ding. Finde ich gar nicht, schickst du wieder nicht. Das Baumfoto. Ja, ich guck gerade nicht, Entschuldigung. Die Leute, die hängen gebannt vor ihren Dingern, Ich hab hier die Nawalny-Schlange hab ich schon mal gefunden jetzt. Also, ihr als Zuhörer, ihr werdet die Bäder nicht kriegen. Ich glaub, in den ersten paar Folgen gab's noch so diese, wir schreiben's in die Description rein, was auch nie der Fall war. Ja, aber es war auch immer eine Lüge. Das hat sich jetzt erledigt, also das Versprechen. Ja, dann, wo wir grad noch bei Amerika waren, und dann gab's noch ein Foto, wie Trump in Texas steht. Im Zaun winkt, okay. Das ist wieder so absurd, die Vorstellung. Er winkt halt nach Mexiko. Ist links von ihm die Frau, die Bäume werfen kann? Ja, genau. Da ist ein Typ im Rollstuhl, ist witzig. Und ich stell mir so vor, du bist jetzt ein Typ, der aus Mexiko flüchtet, ja, und willst nach Amerika, oder halt in die USA, in Texas einreißen, einreißen, aber er steht halt vor diesem Stacheldrahtzaun, der da relativ neu ist. Und du gehst irgendwie tausende Kilometer querfeldein, um an die Grenze zu kommen, stehst dann davor und siehst dann Trump, wie er winkt. Diese Vorstellung ist so absurd irgendwie. Passt, passt. Gehst du einfach wieder um. So schlecht ist es hier doch nicht. Ja. Ich find halt grad echt dieses geile Foto nicht. Ach hier, Victory Selfie, hier ist es. Das bringt doch, kriegt doch jeden Pulitzerpreis hier. Was ist? Das ist wirklich, also das ist halt so von der Linse so clever gemacht, man kennt das ja, wenn man so die Brennweite verändert, dass du quasi nach hinten raus, das sieht alles viel größer und weiter weg und gleichzeitig näher dran aus und so. Genau das. Und das sieht einfach so krass aus. Ja. Und alles super happy. Würde ich mir nennen. Kann man schön drüber nachdenken, über das Bild. Ja. Kannst du kurz noch mal die sich anwahlende Präsidentschaftswahl einordnen? Was ist da der aktuelle Stand? Zwei Minuten. Es interessiert mich wirklich. Ja, aber der aktuelle Stand ist halt, dass es nach wie vor absurde Scheiße ist. Du hast Umfragen, wo Leute sagen, 70 Prozent sagen, die Demokraten framen Trump zu sehr als Diktator, wenn der in die Macht kommt und instrumentalisieren das und die gleiche Umfrage, die gleichen Leute wurden gefragt, wird Trump wie ein Diktator agieren, wenn er gewählt wird? Und 65 Prozent sagen ja. Und das funktioniert nicht. Wie kann das, das ist alles so absurd und sowas sehe ich irgendwie andauernd? Biden ist zu alt, sagen natürlich alle. Wie viel Jünger ist Trump? Aber die sind zwei Jahre oder drei oder so. Und ja, also der eine fährt wenigstens auf Fahrrad. Der hat zwar immer seine komischen Aussetzer, aber so körperlich fit ist auf jeden Fall Biden weiter vorne. Aber die sind beide viel zu alt. Das Witzige ist, dass die beide den Rekord aufstellen für die ältesten Kandidaten und sie brechen den Rekord von sich selbst. Also es gab noch nie ältere Kandidaten als diese beiden. Crazy, aber das auch in Biden, was eh komisch ist, dass es nur zwei Parteien sind, aber gut, das hatten wir. Aber dass es da auch keine Anwärter gibt, die irgendwie auch Präsident sein wollen und auch gut sind, gerade bei den Demokraten, weil die müssen sich das ja anhören, dass der alt ist und irgendwie permanent gegen Wände läuft, weil das nicht checkt. Ich glaube schon, dass halt so das Reasoning ein bisschen ist, naja, Biden hat schon mal gewonnen, dann wird er auch wieder gewinnen. Dann muss er quasi antreten, weil das sonst so unsicher ist. Aber es gibt halt auch Umfragen, wo einfach nur gefragt wird, würdest du Trump wählen oder irgendeinen generischen Demokraten und da wird der Demokrat gewinnen. Also völlig egal, wer. Und wenn dann aber Biden und Trump gefragt wird, dann ist das halt weniger. Also es ist schon echt zu viel Plastik. Ja, eine großartige Überleitung. In jeder Plazenta, die getestet wurde in einer neuen Studie, wurde Mikroplastik testgestellt. Was soll ich sagen? Nicht mein Problem. Ich hab sowas nicht. Das sind scheiß Frauen. Aber ich kann euch auch genau erklären. Die sollen sich mal nackig ausziehen. Der soll die gar nicht. Ich kann euch auch noch genau erklären. Ja, und dann einen Tanga anziehen. Denn da kommt nämlich das Mikroplastik her. Die Influencerin Nino, Nina, irgendwas. Nino Kunui. Ich weiß es nicht, warte. Nina. Nona Kanal. Die will ihren Zuschauern, genau, das würde dich wieder freuen. Die will ihren Zuschauern was zurückgeben und hat jetzt einen Werbespot veröffentlicht über einen, also man kennt ja so Getränkeautomaten. Sie hat aber einen Automaten, der ein Euro Tangas verkauft. Aus Plastik. Naja, die sind halt in Plastik eingepackt. Und bestehend aus feinster Baumwolle. Aber sie sagt, die sind viel teurer in der Herstellung. Sie will den Zuschauern was zurückgeben. Ich denke mir da, wenn das wirklich so wäre, was spricht dagegen, dass dieser Automat am Tag eins einfach aufgekauft ist und für zwei Euro jeder Tanga bei Ebay drin ist. Oder fünf Euro vielleicht auch, je nachdem. Aber sie will halt den Leuten was zurückgeben. Kennst du das denn nicht, abends auf Party, Alter, kurz mal beim Saufen, kurz vor die Tür gehen, eine rauchen und dann schnell mal einen Tanga holen? Ja, logisch. Ich gehe meistens an die Tange, wenn ich das Bedürfnis habe. An die Tanga, ja. Ist ja, da geht man ja hin, um Gummis oder Kippen zu holen. Deshalb auch auch Tankas. Ach komm, fick dich. Nächstes Thema. Warum haben wir das Plastik jetzt nur so kurz gemacht? Das ist voll kritisch. Okay. Ghana, das war jetzt, habe ich eigentlich für Tino aufgeschrieben. Ghana hat jetzt ein neues Gesetz. Wenn man sich als LGBTQ plus identifiziert, ist das jetzt illegal. Okay. Dann muss man Geld bezahlen, oder? Also nicht nach Ghana gehen, Tino. Ja, jedes Mal, wenn man sagt, ich bin schwul, muss man 10 Euro zahlen, dann ist es wieder gut. Ja, Welt geht voran, ne? Geht alles gut vorwärts. Ja. Nur halt in die falsche Richtung. Aber ja. Aber in die andere Richtung geht ja vielleicht, dass Schweden der NATO beitreten wird. Es ist offiziell. Keine krassen Widerworte mehr. Was sagen wir dazu? Ja, was sagen wir dazu, dass die Ostsee jetzt ein sicherer Ort geworden ist? Wenn die jetzt noch die Feuerquallen da wegmachen, Ich glaube, die Feuerquallen sind an der Ostsee gar nicht mal so krass. Haben wir auch was davon. Die waren in der Ostsee aber ein bisschen mehr, oder? Also ich war nur Ostsee als Kind und ich hatte schon Angst vor denen. Die wurden so angespült und meine Mutter hat die dann mit der Schaul wieder reingeschüttet. Hey, man muss die verbuddeln. Ja, aber dann sind die den Tag ja noch im Wasser und der Nächste, der kriegt dann irgendwie das ab. Na, die sind tot, wenn die die angespült. Ja, gut. Egal. The Water Take It. The Water Give It. Ja, wie der Altengländer häufig sagt. The Water Take It. Ich erinnere mich. Ja. Wie geht's dem Altengländer eigentlich? Keine Ahnung. Hat er noch Krebs? Absolut nicht. Also ich finde nach wie vor witzig, wenn Matt da in die Oase so Updates postet, weil mit jeder Überschrift schüttle ich einmal mehr den Kopf, aber beömmel mich auch drüber, dass Leute halt so, oh, jetzt mal gucken, ob Prinz Harry ein gutes Verhältnis mit der Kamilar hat. Wenn man das ironisch sich anguckt, großartig. Das guckt man sich ja auch an. Das ist wie mit RTL und so. Ja. Ja eben. Gut, das ist kostenlos. Da gibt's dir nix. Also hier lese ich halt, ja, und ich lese hier halt eine Sekunde in der Überschrift und gucke, wenn ich irgendwie eine Stunde Scheiße an. Und dann schön irgendwie Google AdSense den gibt. Meine Güte, mach halt. Aber ich find's, ich find's ist echt verschwindete Gehirnmasse so. Also meine Fresse. Wenn der irgendwie stirbt, dann interessiert mich das, aber dann auch wieder nicht. Dann ist vielleicht noch mal wichtig zu wissen, was ist der nächste Name, der dann irgendwie in England an der sogenannten Spitze steht, auch wenn die nix zu melden haben. Ah, mehr und nicht. Das sind diese Zeitschriften, die man sich kauft, wenn man irgendwie 100 ist. Also. Ja. Was ist schon wieder mit Michael Schubacher? Ach, der, äh, nix. Ja, dann drucken wir das mal aufs Titelblatt. Ja, genau. Merkel ist jetzt auch so ein Ding. Was hat Merkel wieder gemacht? Ah, nix. Aber jemand hat mal über Merkel irgendwas gesagt. Ja, Titelblatt. Hä? Ja. Wobei, ich hab ja gehört, die hat dieses Jahr, wird sie wahrscheinlich ihre politischen Memoiren veröffentlichen. Sehr wahrscheinlich, dass ich das lese. Ja. Nicht? Echt jetzt? Ich hab gar kein Interesse an der Frau. Hätte ich gesagt. Ich kenn den nicht, den Frau. Mich würde mal ihre Meinung dazu interessieren, warum sie, äh, Shisha so lange nicht aufgemacht hat, die Fresse. Ich würde sagen, das war's mit dieser Woche. Das war jetzt doch eine volle Stunde. Das ist ja richtig schön. Ja, wir müssen ja auch noch eine Wertung geben und dann irgendwie eine Playlist oder weiß ich nicht, ob wir das machen. Das ist ja immer Tinos Ding. Ich kann das ja gar nicht. Es ist ja schwierig, ne? Letzte Woche hab ich aber 6,5 reingetan. In Eigenregie. Tino hatte nix zu melden, der konnte auch nix melden. Ja. Ja, der hat Krippe übrigens. Haben wir das schon erwähnt? Also hat er letzte Woche auch schon gehabt. Ich sag, der isst zu wenig Apple a day. Also irgendwas muss da ja ganz gewaltig schieflaufen. Er hat doch keine zwei Wochen lang eine Krippe. Naja, wenn man eine richtige Krippe hat, ist das schon ... Ja, aber wozu hat man denn eine richtige Krippe? Das ist eben das Schwachsinn. Viele Leute, die sagen ... Ich glaube halt wirklich, 90 Prozent der Leute, die sagen, ich habe eine Krippe, haben nicht eine Krippe. Weil eine Krippe, das ist halt wirklich ... Ja, genau. Bei einer Krippe, da bewegst du dich halt keinen Millimeter mehr. Und wenn du einmal einatmest, willst du sterben. Also nichts gegen Tino. Wie kriegt man sowas? Das ist einfach eine Ansteckungskrankheit, oder? Ich kann mich nicht erinnern, eine Krippe gehabt zu haben. Bestimmt vielleicht mit sieben oder so einen Scheiß, aber ich erinnere mich nicht. Und da ist man halt nicht so eine Mimose. Da steckt man das weg. Da denkt man sich, ich will gesund werden, um den nächsten Kartoons zu schauen. kann man doch Kartoons schauen auf dem Sofa. Naja, aber es macht nicht so Spaß, Man muss irgendwie einen Tee gefühlt durch die Nase trinken, weil der Mund zu sehr brennt. Der Tee ist nicht mal lecker. Ja. Boah, Ingwertee, ne? Oh. Wie ich Ingwertee in mich reingeschlurrt habe. Ich habe hier diese Thermoskanne. Und wenn du Ingwertee in der Thermoskanne machst, ist der richtig nochmal geil, weil der halt dadurch, dass es die ganze Zeit heiß bleibt, nochmal richtig geil durchzieht. Sehr zu empfehlen. Das ist mein, ihr Servicegelumpe diese Woche. Ja, finde ich auch besser, als jetzt irgendwie einen Song in die Playlist zu machen. Wenn, dann in der Thermoskanne. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber in der Thermoskanne ist er geiler. Kannst du ja auch richtig lange ziehen lassen. Ganze Nacht ziehen lassen, wenn du Lust hast. Wenn er am nächsten Tag noch warm ist, richtig geil. Und für die, die ganz crazy sind, so ein Spritzer Limettensaft. Das geht sich aus. Ja. Habe ich dir eigentlich von dem Event letzte Woche erzählt. Die was? Da war so ein Typ. Ich kenne nur Advent. Auf einer Baustelle. Ein Event. Da war so ein Typ auf einer Baustelle, der hat so gebrochen Deutsch geredet. Und die haben da so auf der Straße so, was weiß ich, so Teer verschmiert oder so. Und der hatte da so so ein riesiges Behältnis. Und ich bin da hingegangen, habe gefragt, was ist das denn? Weil alle so gesagt haben, es stinkt übelst und so. Und da hat er gesagt, naja, der Teer, wenn der nicht verbraucht ist und noch heiß ist, dann kommt er da rein. Das ist halt so eine so eine Riesenkanne einfach für. Da hat er quasi im gebrochenen Deutsch gesagt, Teer muss Kanne. For real? Nein, ich habe gerade einfach deine Zeit verschwendet. Doch hast du unsere aller Zeit. Man muss, du denkst jetzt, das ist jetzt vielleicht eine Minute, die du dir verschwendet hast. Aber wenn das jetzt irgendwie 120 Leute gucken, dann hast du einfach schon zwei Stunden der Menschheit verschwendet. So, wo ist das? Das ist wie, das ist wie wenn Leute so Meetings einberufen oder so einen Scheiß, wo dann alle irgendwie kommen so zu 15 und dann wird irgendwie reden zwei Leute miteinander und die anderen langweilen sich. Das ist genau so skaliert das. Ich spiele da noch einer Gitarre und du musst da die Schnauze halten? Doch, doch, fände ich gut. Schön im Online-Meeting Gitarre, wo es so abgehackt und scheiße klingt. Ja. Today is going to be the day. Ja, gut, also ich gebe der Woche so eine 5 oder so. Gut, für Chan, aber das war auch schon letzte Woche. Das ist immer dasselbe. Wenn ich hier eingeladen werde, heißt es, ey, wir machen das irgendwie morgen und dann habe ich ja irgendwie nicht so die Zeit, mich darauf vorzubereiten. Am liebsten, wenn ich, weiß ich, Anfang der Woche, so wie damals, als du in Japan warst, weiß ich Anfang der Woche und dann kann ich gucken, wenn irgendwie Themen sind, schreibe ich mir die Woche auf und dann kann ich da irgendwie mir eine Meinung bilden und schön. Und jetzt ist es wieder so, Da habe ich auch richtig schön, habe ich mir das immer angehört in Japan. Bisschen verzögert, aber ich habe das dann schön nachts immer reingehört. Ja, der ja auch vom Bild her und so und die haben auch auf YouTube weniger Aufrufe, aber auf Spotify und so hatten die nicht weniger Aufrufe. Da kann man sehen, dass Thumbnail vielleicht was. Ja, aber da guckt man glaube ich nicht so drauf. Keine Ahnung. Bei YouTube ist ja Thumbnail 90% dessen, was du siehst. Ich sage keine Thumbnail. Wie dem auch sei. Ist ja auch egal, es geht ja nicht um Glücks, sonst würde ich nicht ein Skate-Video auf dem Hauptkanal hochladen. Aber ich glaube, das ist schon sehr geil. Ohne Spaß, guckt euch das Skate-Video an. Wenn euch die ersten zwei Drittel nicht so zusagen, weil Skaten, Skaten, das letzte Drittel wird euch auf jeden Fall erheitern. Da sind nämlich die ganzen Shit-Postings der Woche drin. Und wir hatten halt so einen Typ dabei, Henry aus Lettland. Der ist einfach so großartig. Und also, was der für Sätze sagt, so komplett zusammenhangslos, das ist einfach nur ein Fest. Schaut das Video bis zum Ende. Das letzte Drittel wird euch überraschen. Ist so. Und danach gibt es auch wieder Pranky-Pranky. Ich will demnächst auch mal wieder Ninja-Film, da habe ich richtig Bock drauf. Das würde die Fans brennen, das hören uns gar nicht mehr. Es ist so laut, die Musik. Ah, okay, stimmt. Naja, gut, dann schade. Dann fahrt noch schön weiter auf eure Datenautobahn. Surft nicht so viel, dann kriegt ihr pränkige Augen. Ja. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.